Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox, da wird er weitergeleitet zum Mobile und solange der Link aktiv ist, stets Fahrzeug noch zu verkaufen. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Ein herzliches Willkommen von mir zur Fahrzeugpräsentation VW T6 Multivan. Ich würde behaupten, das ist bisher der schönste, den wir je hatten und wir machen viele Busse, wie ihr wisst, aber das ist wirklich hier bisher einfach das beste Auto, das wir hatten, einfach weil es wirklich alles kann, außer Fliegen. Also guckt euch hier wirklich unbedingt die Ausstellung der Mobile.de an. Ihr seht schon hier vorne alles, Regelthermermat, Abstands-Warner, LED-Scheinwerfer, die 4Motion, Allrad 200, unsere hackte PS4 haben die, glaube ich, der größte Motor und im Innenraum alles, was das Herz begehrt. Zustand zeige ich euch jetzt im Video. Lenkrad, finanzieller Zustand, sitze hier in Leder Alcantara, Memory-Funktion am Sitz unten mit dabei, das große Dünn-Audio-Soundsystem, hier DSG, hier dann die adaptive Dämpferentstellung, also alles wunderbar, nichts abgegriffen, nichts abgekrabbelt. Einstiege sind hier beleuchtet und wir schauen gleich rein. Türen, selbstverständlich hier bei dem Fahrzeug elektrisch. Wir haben hier die Version des 7-Sitzes, das heißt hier 2-1-Sitze, hinten die 3er-Bank. Wir haben den Campingtisch hintermitte mit dabei und die Sitze hier kann man natürlich auch komplett rausnehmen, also alle Sitze kann man auch komplett rausnehmen, die hier vorne unten im Griff, die kann man auch 180 Grad nach hinten drehen, was ich im Prinzip dann auch hier reinsetzen kann und es dann auch anschauen kann. Genau, Heckklappe ist hier bei dem Fahrzeug in dem Fall jetzt auch eine Besonderheit, die ist hier elektrisch, diese große Heckklappe, das haben auch nicht viele Busse. Hier sehen wir noch dieses Schienensystem, bis hier hinter könnte man die Bank noch hinterziehen, dann haben wir natürlich weniger Kofferraumvolumen, dafür mehr Platz im Innenraum, muss man da einfach schauen, für welche Lebenslage man das Fahrzeug nutzt, das ist ja wirklich hier so ein, deswegen heißt es ja Multivan, einfach multifunktional einsetzbar, wie man es gerade in der Lebenslage braucht. Rückfahrkammer hat natürlich auch mit dran, beim großen Auto immer sinnvoll, Heckklappe schießt da wieder elektrisch, die schön glanzgetreten Felgen sind auch noch schön, die haben noch keine zu großen Bekanntschaften mit dem Bordstein gemacht, also vom Zustand her und von der Ausstattung, für den Minderstand ist das hier wirklich ein Traum, der wird definitiv nicht lange bei uns sein, wie jeder muss eigentlich. So, jetzt sind wir schon am Ende, ich hoffe euch hat gefallen, was ihr gesehen habt und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren, wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite, heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren, da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig, hintenrum haben wir die Werkstatt, dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft, wir drücken auf jeden Knopf, es wird ausgiebig Probe gefahren, der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel, habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns und ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video, macht's gut, bye bye.